Ich fand das Turnier hier schwieriger als diese zwei verziehen, aber ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe und er kann mein Bestes bezahlen, mehr kann man nicht machen. Okay, ich denke mal nochmal recht herzlichen Freiburg und es war glaube ich auch ein Kompliment an alle, die hier heute Vormittag filmgespielt haben, das hatte ich ja heute Morgen schon gesagt, wir hatten eine ganz starke Besetzung hier und erfreulich war auch, wie sich die Jugend geschlagen hat, vielleicht kriegen wir unsere Experten nochmal das Ergebnis von heute.